Hier seht ihr das Rio Indius. Es ist direkt hier mitten in der Partymahe. Da kann man super schön absteigen. Es hat weiter 10 Minuten, 5 Minuten zu Fuß. Man kann hier schön Party machen. Eigentlich ideal. Zum Feiern. Der Matthias wird gerade erschlagen. Matthias, was ist los? Gar nichts. Wirst du, Matthias wird erschlagen? Von Dix?